TÜR-Panel Ich freue mich heute für diesen TÜR-Panel an den Strasse 450. Wenn wir den Torrechter markieren und hier. Dazu müsst ihr unten anfangen, diese TÜR-Panel an die Tür angepackt und hochgeschieben. Das muss man sehr vorsichtig machen. Und dabei. Achtung! Das ist überall, die die im Ring ist. Das ist ganz flicke. Da vorne. Da vorne. Da muss man diese Nase einfahren. Das die Verkleidung unten dran ist. So. Jetzt ist die Tür einmal positioniert, das Tür-Panel. Wenn das so ist, schließt man die Tür. Vorsicht! So. Danach, damit der Lack nicht verpflanzt, nimmt man hier am besten einen TÜR. Denkt an, dass die Pelle vorsichtig anzuklipsen. Das nehmen wir immer hier, in der Mitte. Und ganz vorne hat es einen Klips. So. Man hört sich einhängen. So. Der steuert sich noch ein bisschen. Einmal oben. Ja. Fertig. Voila. Tür-Panel ist montiert. So. Dramatische. Nicht-áveis. obchiga. убb���el. Kl pas Like Market 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 Market.